Seien Sie willkommen im DigiBit Studio. Die letzte Juni-Woche läuft und das Thema ist natürlich zweimal das W. W wie Wimbledon und W wie Weltmeisterschaft der Frauen. In Wimbledon, tja, viele sind nie mehr übergeblieben, aber eine, eine haben wir noch im Rennen und die muss heute relativ früh dran und da glaube ich fest dran, dass die auch tatsächlich was reißt. Sie wissen, von wem die Rede ist. Wir schauen hier nach. Wo ist sie? Liseki. Nicht im Doppel, sondern natürlich hier im Einzelnen. Da, Liseki gegen Tchetkowska und wenn wir da auf die Quote sind, dann sehen wir auch, dass Liseki tatsächlich die große Favoritin ist. Für mich ist sie nicht nur Favoritin heute in diesem Match, für mich ist sie mittlerweile sogar Favoritin auf den Titel, wenn auch eine Geheimfavoritin, aber ich stehe mit meiner Meinung wahrlich nicht alleine, denn Barbara Rittner, die sagt das auch, die sagt, Mensch, der kann man vieles zutrauen. Und Liseki selber sagt, ich möchte noch ein bisschen bleiben, ich möchte noch ein bisschen weiterkommen und sie war ja schon mal in Wimbledon relativ weit und gucken wir mal, ob sie das heute schafft. Schauen wir einfach nochmal hier auf unsere Seite, wenn da steht Turnier umgesetzt, heißt das, sie hat das ganze Turnier erreicht über eine Wildcard, aber dafür ist sie dann jetzt noch dabei, derweil, ich habe es schon gesagt, alle anderen ja schon weg vom Fenster sind. So, also hier sehen wir, dass es da auch noch nicht viel gab, aber wir gucken einfach mal hier auf den Turnierbaum und da sehen wir auch, wie weit sie es schon geschafft hat und hier können wir dann nochmal nachgucken. Da haben wir es. Also, da geht es heute dann weiter im Achtelfinale. Nun, ich bleibe dabei, also hier haben wir es jetzt. Nun, ich bleibe dabei. Wer die Siegerin aus Frankreich rausschmeißt, der schafft das auch heute und deshalb hier ein ganz klarer Sieg. Gibt zwar nur 1,23 Euro, aber sei es drum. So, das andere große Thema in dieser Woche ist natürlich die Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft. Alle machen es heute fett auf dem Titel. Ich kann Ihnen das zeigen. Ich kann Ihnen jetzt alle Zeitungen rauspacken, die ich da habe. Ein Sportmagazin, ein Fußballmagazin schafft es peinlicherweise, für mich peinlicherweise, nicht den Frauenfußball groß zu machen, sondern hier oben, da in der Ecke ist Silvia Knight versteckt. Also, liebe Freunde vom Kicker, das ist peinlich. 14 Millionen haben sich gestern das Auftaktspiel angeschaut und ich sage Ihnen eins, das war vielleicht 60 Prozent der Leistungsstärke. Also, die deutsche Mannschaft kann mehr. Ich bin super optimistisch und Sie sehen ja, das Interesse ist riesengroß. Ganz anders in England. Da wurde nicht mal das Eröffnungsspiel übertragen. Heute gibt es in England aber zu sehen Mexiko gegen England. Diese Spiele finden heute statt. 15 Uhr, Japan gegen Neuseeland. Wir wissen, Japan ist eigentlich der ganz große Favorit. Das sehen wir hier auch in den Quoten, zumindest in diesem Spiel. Aber wir erinnern uns auch, dass Bernd Schröder, der Trainer von Potsdam, gesagt hat, Japan, die sind durchgeschüttelt. Die sind von Fukushima so getroffen, dass man nicht weiß, wie weit die kommen werden. Für Bernd Schröder und für mich auch sind sie kein großer Favorit. Und deshalb tippen wir einfach mal hier auf ein Unentschieden gegen Neuseeland. Das wäre natürlich eine Sensation. Tja, und Mexiko gegen England. Da sind die Engländer der ganz große Favorit. Nur nochmal, so richtig interessiert es in England keinen. Irgendwo habe ich heute sogar gelesen, dass ein englischer Sportreporter gesagt hat, die einzige Frau, die bei uns in die Zeitung kommt, ist das Mädchen auf Seite 3. Und das Mädchen auf Seite 3 ist immer identisch eigentlich mit dem Mädchen auf Seite 1 der Bild-Zeitung, also mit irgendeinem Nackedei. Heute bei uns in der Bild-Zeitung nichts ist mit Nackedei, sondern das Foto des Tages von gestern. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, da näher heranzufahren. Angela Merkel bei dem Zittersieg unserer Mannschaft. Dieses Foto finden wir heute in jeder Zeitung. Morgen, Uli Potowski, einen schönen Tag. Daumen drücken für Lisicki und unsere Damen. Fußball-Damen sind ja erst wieder im Lauf der Woche dran. Donnerstag und tschüss.